Ich möchte gerne Marketingmanagerin werden. Durch die vielfältigen Inhalte an der Nordakademie und im Unternehmen bin ich perfekt darauf vorbereitet. I like how Nordakademie prepares students to be the responsible business people of the future. The future needs them. Im Unternehmen habe ich ein Projektteam zum Arbeiten. In der Hochschule eine Kleingruppe zum Lernen. Das passt. Cheerleading bedeutet für uns Disziplin, Leistungsbereitschaft, Zusammenhalt und jede Menge Spaß. Das passt perfekt zur Nordakademie. Nordakademie. Das ist der Norden at its best. Die Nordakademie ist ein wichtiger Faktor in der Hochschullandschaft in Schleswig-Holstein, weil sie Studierende und Wirtschaft perfekt zusammenbringt und damit hervorragend für die Praxis vorbereitet. Zur Nordakademie fallen mir eigentlich drei Dinge ein. Praxis, Praxis und nochmal Praxis. Hilft mir heute noch im Job und die Theorie, die ist auch gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Psō formuliert dieses ZDF für funk, 2019 Wir wollen hier wieder in die ganzen eightier�暁." Für Ki, 20. 15 Pfuag, 2018